Ja und zum Teil ist willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Wir haben neue Bonusmenüs hinzugefügt bekommen. Okay, ich dachte eigentlich auch, es geht bis 45. Und wir waren ja irgendwie, wir sind ja bei 39 gewesen. Nehmen Sie am K-Car Cup Teil und wir könnten sogar 41 machen, aber wir gehen da mal hin. So, die Belohnung gibt es in Radical SR3 SL. Okay, streben Sie in jedem Rennen einen Podiumsplatz an. Okay, da steht es gar nicht, mindestens. Aber doch jetzt, ja okay, hier steht in den Rennen immer Dritter. Ach, das ist aber kein richtiger Cup, oder? Wir müssen einfach diese drei Rennen fahren. Komm, wir starten das. Für dieses neue Menü möchte ich, dass Sie an einem K-Car Cup teilnehmen. Sie sind mit dem Begriff K-Car verbraucht. Es handelt sich um eine eigene japanische Kategorie mit strengen Vorgaben, wenn es um Größe und Leistung geht. Kleiner als der Toyota Aqua oder der Honda Fit ist es die kleinste existierende Fahrzeugklasse aus Japan. Die meisten K-Cars sind praktisch und günstige Fahrzeuge für die breite Masse, aber einige von ihnen werden für ihr schönes Design, ihre Handhabung und ihre komplizierte Komponenten geschätzt. Da wären der Suzuki Cappuccino, der Daihatsu Copen und der Honda Beat und S660, um nur einige zu nennen. Das Cappuccino ist schon ein geiler Name. Ich möchte, dass Sie eins dieser Autos in Ihren Besitz bringen und an drei K-Car-Rennen teilnehmen. Schließen Sie alle drei Rennen ab, dann gebe ich Ihnen ein Geschenk. Viel Erfolg. Es wäre natürlich interessant, wie die Autos aussehen oder ob ich die speziell filtern kann. Weil der Witz wäre an sich... Also was heißt der Witz an sich? Nee, nicht der Witz. Ich will natürlich das, was am coolsten aussieht, so gesehen. Dann gucken wir hier nochmal rein. Hier sieht man diese kleinen Fahrzeuge. Die sehen halt alle nicht geil aus, gell? Also auf den Bildern. Die Frage ist jetzt halt generell, kann ich jetzt in den Wagenshop gehen und einfach nach K-Cars filtern? Ich gehe jetzt mal hier bei Gebraucht rein. Da wird es vielleicht eher gehen. Wir haben jetzt hier eine Wunschliste. Die ist aber so... Einen Filter habe ich jetzt nicht, gell? Hier haben wir den Honda Beat. Das war doch auch ein K-Car. Die hatten natürlich schon einiges auf dem Tacho. Das ist natürlich interessant. Hier sieht man jetzt aber gar nicht, dass es ein K-Car ist. Und das war... Honda Beat war doch auch ein K-Car, oder? Meine schon. Wenn wir mal so die anderen anschauen. Ah, dann DeLorean. Auch ganz geil. Und den Viper? Könnte man sich... Die Frage ist natürlich, wie gut es ist, hier so einen Gebrauchten zu kaufen. Oh, ein R34. Oh. Alter. 390. Was kostet der Original? Wann hat der 78.000 Kilometer drauf? Da müssen wir vielleicht dann noch irgendwie den Motor wechseln oder so? Oder erneuern? Wieso ist denn der so teuer? Wir gehen mal ins Brand Central rein. Ich suche... Also die Leute, die sich jetzt auch verwundern, dass ich hier noch oben so viel Geld habe. Ich habe ja noch zwei... Ich habe ja eine Einladung von Ferrari und von Pagani bekommen. Und deshalb bin ich dann noch so ein bisschen am Sammeln und Geld machen, weil, wenn man hier kurz reinschaut, bei Ferrari habe ich halt ein paar Millionen, wo es halt vielleicht ganz cool wäre, die zu kaufen. Hier hinten habe ich die drei. Der hat 1,6, 2,5, 3,6 nochmal. Und der Pagani, der Huarai, Huara, keine Ahnung, wie man den ausspricht, der kostet 1,3. Gar nicht so teuer, komischerweise. Also, im Vergleich zu den Ferraris. Und ich habe dann natürlich noch ein bisschen Zeit hier. Ich werde nochmal einige von den Roulette-Tickets sammeln. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Geld zusammen. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Glück. Und dann können wir mal gucken. Wir haben ja hier Ablaufdatum. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das werde ich im Auge behalten. Und dann kurz vor Ende versuchen, die Fahrzeuge zu kaufen. Wenn es geldtechnisch halt reicht. So, wir müssen aber eigentlich ja nach Asien. Und wenn wir gerade hier sind, würde mich mal ganz kurz interessieren. Ich gehe jetzt mal speziell zu Nissan. Jetzt suchen wir uns den R34. Bin ich ja schon noch vorhin vorbei. Der kostet halt schon 450.000. Was ist denn los? Klar ist das so. Er hat schon natürlich eine gewisse Geschichte und einen gewissen Stellenwert. Aber ich denke mir so. Nehmen wir mal an. Wir wären jetzt im Jahr 2002. Und dieses Auto wäre neu rausgekommen. Aber hätte es doch keine halbe Million Euro gekostet. So will ich das eigentlich sagen. Vielleicht maximal 100.000. Wenn ich mir jetzt überlege. So, guck mal den GT-R. Quasi den Nachfolger. Sogar als Nismo. Kriege ich vor unter 200. Und hier der normale GT-R unter 100. Also das ist ja natürlich schon ein bisschen heftig. Ist halt hier so Fair Lady oder so. Die sind dann wieder relativ normale Preise in dem Segment. Deshalb finde ich den R34 halt schon ein bisschen heftig. So eine halbe Mille. Aber doch gut. So, Toyota konnten wir, glaube ich, kaufen. Das war die Frage. Zumindest, ich glaube, der... Kann das der sein? Aber der sagt mir jetzt auch gar nichts. Es wurden ja ein paar vorgestellt. Okay. Das sieht eher aus wie ein Taxi. Also, mit Ausnahme von oben. Im blauen Licht. Das sieht fast aus wie ein Taxi. Der SFR, der sieht schon so ein bisschen in die Richtung aus, gell? Der sieht auch eigentlich ganz nice aus. Suzuki war doch. Cappuccino. Können da mal reinschauen, ob da was Spezielles dran steht. Der ist ja gar nicht da. Wie kaufe ich den dann? Was? Da Hatsu war, glaube ich, irgendwas. Ich glaube, bei Honda vielleicht auch nochmal was. Ich gucke mal, ob es da was gibt. Was nicht hätte Copeman? Ach, der Kopen war es auch. Hier steht zum Beispiel unten, Hashtag K-Car. Okay, K-Car. Keine Ahnung. Der nicht mehr. Der ist ein bisschen dann hochgetunt. Und der Koshita hat 18. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass bei Suzuki jetzt keiner drin ist. Hier steht zum Beispiel nur Straßenwagen. Also Mitsubishi hat, glaube ich, nicht so kleine Fahrzeuge. Geht's gleich mit einem Evo los. Das ist natürlich nichts. War nicht bei Honda sogar noch was? Ist nicht sogar der Fit? Nee, die S660 zum Beispiel. Aber komm, da kannst du auch nur so... Ähm... 20. So schlecht... Das ist jetzt nicht so mein Fall, aber... So schlecht ist er auch nicht, oder? Jetzt bewegen wir uns bei 20 rum. Jetzt kann ich nochmal in den Gebrauchtmagen... Dinger reingehen. Wow, da sparen wir uns... Keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro. Guck mal hier, den Honda Beat für 16. Ja. Aber er sieht halt auch hässlich aus. Wenn ich so mit dem... Cursor mal weggehe. Und dann haben wir ein neues Fahrzeug. Weiß nicht, müssen wir nicht irgendwie den Motor richten oder irgendwas machen. Dann holen wir uns... Jetzt ist die Frage, was holen wir uns? Nein, nichts mehr mehr anderes. Ich guck mal noch ganz kurz bei... Toyota, da war ja nichts. Der Aqua ist halt eben... Kein... Kein K-Car. Nehme ich den Honda? Oder nehme ich den... Da hat sowas drin. Vor allem finde ich es gut, wo Suzuki... Dings... Der Suzuki Cappuccino gibt es da gar nicht. Der sieht halt eigentlich auch blöd aus. Also so finde ich einen bedeutend geiler. Dann wird es der Honda. Wo wollen wir den schicken Honda? So, einmal in gelb. Jetzt ist die Frage, ob wir... Ähm... Auch wenn wir noch cool tunen können oder überhaupt dürfen. Das ist natürlich auch noch so eine große Sache. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ob wir Leistungspunkte... Begrenzung haben? Ich glaube natürlich schon. Wir haben hier 400 und wir sind schon bei 300. Und wir brauchen Komfort-Reifen. Okay, da müssen wir mal schauen. Weil wir jetzt auch noch so rot war. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Schauen wir mal, ob wir was cooles anbauen können. Äh... Felgen. Eigentlich sehen sie... Ja, warte, ich mache mal erst mal Anpassungsteile. Ja, guck, das sieht doch mal nice aus. Irgendwie muss ja das Auto besser aussehen, oder? Besser werden. Wir können einen Eckspoiler machen. Alter! Größer wie das ganze Auto, oder? Der kommt hin. Der kommt sowas von hin. An den Eck. Sogar noch groß. Ich finde die gar nicht so krass verschieden. Gerade zwischen niedrig und mittel. Komm, machen wir mittel. 700. Auch süß. Ähm, ansonsten... Ja, da brauchen wir nichts großartig. Frage-Schreifen mäßig. Ja, nehmen wir irgendwas mal. Aber wir können hier... Ach, wir können auch verschiedene Größen rein. machen. Weil hier vorne, hinten verschiedene... So, ähm... Da müssen wir mal kurz... Hier schauen. So ein bisschen raus. Machen wir voll breit. So, wir holen noch eine breite Karosserie. Machen wir den richtig fett. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Auch wenn es halt... Naja... Auch nicht das geilste Auto von vorne rein ist. Aber... Na gut. Da muss ja irgendwie so ein bisschen was machen, oder? So, dann gehen wir in den Tuning-Shop. Ein bisschen was können wir noch machen. Da müssen wir auch nur mit den Reifen schauen. Mal gucken, was wir hier machen können. Alter, 47 kW hat das Teil. Also, äh... Was sind denn für Reifen drauf? Komfort weich. Stand da nicht einfach Komfort dran? Da müsste es ja eigentlich passen, gell? Aber ich darf halt nicht weiter großartig... Großartig... Oder keine andere Reifen. Schauen wir mal, was wir noch fettes machen können. Müsst ja ein bisschen an der Leistung schrauben. Können auch mal Bremsen nehmen. Erstmal ein bisschen länger auf dem Gas bleiben können. Machen wir hier noch Ladeluftkühler rein. Mal Rennluftfilter rein. Auspuff natürlich. Darf nicht fehlen. Hier passiert eigentlich nichts. Und hier, das ist halt relativ teuer. Wie so, Turbolader oder so, wäre geil. Uh. Uh. So, was ist das? So geht der hier in der Leistung sogar runter. Hier kommen wir auf... Oh, hier kommen wir auf 411. Dann geht der richtig ab. Hier sogar 419. Oh, Drehzahlbereich. Dann müssen wir aber... Können wir jetzt mal hier so einbauen. Und dann holen wir uns mal noch Ballast dazu. Und dann schauen wir mal, dass wir den noch ein bisschen runter bekommen. So, dann starten wir mal in Amerika. So, wir brauchen... Hier müssen wir wohl einiges mal dazu tun. Oh. Machen wir mal 50 Kilo. Das hat ja gar nichts ausgemacht. Auch ein bisschen heftig. Machen wir mal 120. Oh je. Machen wir 175. Dann sind wir schon fast an der Grenze. Oh. Das wird eng. Alter, jetzt bin ich ja voll drunter wieder. So, sehr schön. Schön knapp. So, wir fahren 5 Fronten. Ich bin mal gespannt, wie der sich fahren lässt jetzt. Wie eine Gurke. Hört ihr den Turbolader? Wie er ein bisschen pfeift. Jetzt kommt er wieder. Alter. Alter. Okay, das ist natürlich schon heftig. Letztes Mal sind wir mit dem Nissan GTR gefahren. Der ja auf der Geraden extrem abgeht. Und dann mit 350 kmh oder so. Und jetzt fahren wir hier mit dem Auto. Und kommen vielleicht nicht mal auf die 100. dort. Aber der Turbolader hört sich an wie ein großer. War schon wie im Nissan GTR. Kommen wir gar nicht nach vorne. Das ist ja natürlich auch ein bisschen interessant, oder? Die Frage scheint natürlich, ob das gut war mit dem Turbolader. Und mit dem vielen Gewicht jetzt zusätzlich. Das ist eben die große Frage. Ja, vorne geht jetzt ja gerade mal gar nichts. Auf der Geraden müsste ich ja so ein bisschen Vorteile haben, oder? Alter, wir fahren sogar gleich 150. Ein bisschen viel gebremst. Wir sind aber ein bisschen näher rangekommen. Aber, oh, das wird halt schon ein bisschen schwierig hier. Habe ich das Gefühl. Aber müssen wir hier mal innen durch. Hier nicht zu schnell. Oh, jetzt habe ich einen geholt in einer Runde. Und ich muss Platz 3 werden. Alter, wie soll denn das funktionieren? Das wird ein bisschen heftig. Also hier geht ja gar nichts. Wir sind ja an der Leistungsgrenze. Guck, hier merken wir jetzt schon ein bisschen was. Jetzt war jetzt auch ein bisschen zu viel. Eigentlich fast gebremst. Jetzt zieht er wieder innen durch. Jetzt ist er hinter uns. Alter, ich kämpfe hier um ein, zwei Plätze hier. Eigentlich müsste ich um zehn kämpfen. Oh je, das wird ja gar nichts hell. Aber wir haben jetzt zweite Runde. Erste Runde haben wir eine gewollt. Zweite Runde sind wir jetzt schon bei zwei. Und wir sind noch nicht am Ende. Es wird schon ein bisschen besser. Wieso war die erste Runde so komisch? Ich muss mich erst mal ein bisschen eingewöhnen. Sorry, 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 sorry. Da ist eine Kontrolle. Ja, toll, ich bin vorbeigefahren. Okay, das wird natürlich ein bisschen schwierig hier alles. Er ist unten raus. Das ist halt das Problem, dass der Turbolader oben raus auf die hohe Drehzahl geht. Wenn wir ja fast hier eigentlich von unten raus was bräuchten. Das wäre fast vielleicht sogar wichtiger. Alter, ich komme ja niemals auf Platz drei. Die Frage ist vielleicht, wenn eine andere Strecke nachher kommt, ob es dann schlauer wäre, vielleicht wieder den Turbolader mit hoher Drehzahl zu nehmen. Aber guck mal hier. Eigentlich brauchen wir eine niedrige Drehzahl und darauf geschissen, was die Leistungspunkte sagen. Ich meine, ich kann dann auch wieder Ballast rausnehmen. Und vielleicht noch was anderes reinbauen. Keine Ahnung. Muss den man sich dann mal so anschauen. Gerade hier auf der Strecke könnte vielleicht der andere Turbolader wirklich besser sein. Guck mal hier, bis jetzt geht noch gar nichts. Das ist ja so langsam. Jetzt fährt uns ein bisschen davon. So, jetzt sind wir nicht unterwegs. Hm. 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 Platz 10. Und Runde 4. Aber wir sind schon schneller geworden. Aber jetzt haben wir hier auch eine mega Lücke. Also, das wird hier nichts mehr, Leute. So, wir probieren das Ganze nochmal neu. Ich habe mir jetzt den mittleren Turbolader reinbauen lassen, weil bei dem niedrigen Drehzahl-Turbolader gehen wir von 399 auf 339 runter. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Gucken wir mal, wie der mittlere funktioniert. Ich habe es auch, glaube ich, an die 80 Kilo rausgenommen. Also, wir waren dann mit dem mittleren, waren wir dann, keine Ahnung, bei 360 Leistungspunkte. Dann habe ich den Ballast wieder rausgenommen, damit wir wieder an die 400 hinkommen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze bei dem funktioniert. Ob der mit dem ein bisschen besser fahren oder nicht. Der greift dann eher so im mittleren Drehzahlbereich mit ein. Er ist krassisch halt auch so beim niedrigen. Es ist halt wirklich so, dass wir halt auch leistungstechnisch, also auch von den KW-Angaben halt auch nochmal bedeutend weniger haben. Das kann jetzt natürlich aber auch anders sein, weil er halt dann doch einfach von unten raus besser beschleunigt und dann halt im mittleren und im hohen Drehzahlbereich nicht mehr so gut. Aber dass er doch so viele Punkte wegnimmt. Aber guck mal, man sieht schon, ich komme jetzt schon viel besser an den Rang hier. Weil wir halt auch nicht so krass extrem im hohen Drehzahlbereich fahren. Deshalb war der vielleicht gar nicht so gut. Und ja, niedriger Bereich kann vielleicht auch noch in der gewissen Weise ganz gut sein, aber ich denke mal mit dem mittleren fahren wir mal ganz gut. Dann lasse ich mich mal hier vorbei. Guck mal, jetzt haben wir hier schon zwei überholt. Und beim letzten Mal, wann habe ich den ersten überholt? Ich glaube sogar fast auf der Zielgeraden. Ganz am Ende von der ersten Runde war das, glaube ich. So, oh sorry, wir sind hinten reingefahren. Na ja, wir sind weiter rausgekommen. Oh, ein Hütchen umgefahren. Oh mein Gott. Hätte es mal Fahrlehrer gesehen. Oh je. So, aber guck mal, wir haben schon ein paar Plätze gut gemacht. Es läuft schon mal besser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann eben auf Position 3 nach vorne reicht. Ich war am Ende vom ersten Versuch, war ich auf Platz 7. Fast auf 6. Für die 6 hat es leider nicht ganz gereicht, aber ich war nah dran. Dann schauen wir hier mal, wann wir hier Position 7 oder 6 erreichen. Wobei die dann auch wieder, glaube ich, vorne einen guten Abstand hatten. Wenn ihr so auch auf die Map schaut, die ersten, keine Ahnung, 3 oder 4 haben schon eine gute Lücke. Hier muss ich die Lücke auch erstmal schließen. So, aber hier kommen wir gleich an die Rand. Aber jetzt haben wir halt die zweite Runde auch schon ganz schön lang gebraucht, um erstmal eine Lücke zu schließen. Aber, na gut. Muss halt auch mal sein. Wir haben den Vorteil, dass wir hier nicht unbedingt bremsen müssen. Da kann man so gut durchkommen, da kann man auch richtig viele aufholen. Wieder hier so ein bisschen besser wie davor, aber na gut. Platz 10. Und das geht in Runde Nummer 3. Jetzt haben wir hier wieder eine leichte Lücke. Da vorne ist dann nochmal eine Lücke. Also jetzt nicht nach den 2, sondern nach den 3. Sogar der Schnelle noch größer dann. Natürlich auch ein bisschen nervig eigentlich, aber naja, was soll ich tun? Kann jetzt auch nichts dagegen tun, oder? Okay, wir sind schon mal nah dran. Müssen wir noch gucken. Immer schön überholen und nicht zu krass fahren und zu viel Zeit verlieren. Der Gelbe will es wissen. Das ist ja auch eine gute Farbe. Habe ich ja selber auch genommen. Ja, mit der Zeit bin ich auch immer gespannt. Letzte Runde waren wir, glaube ich, 15 Sekunden hinter Platz 1. Auch hier an der Stelle jetzt ins 11. Boah, das wird halt schon noch ein bisschen heftig. Sorry. Das war jetzt nicht so gut. Irgendwie irgendwas zwischen dem Playstation Network los. Keine Ahnung. Ich glaube, hier verliere ich halt auch ein bisschen Zeit. Aber wir sind bei 10 Sekunden. Das heißt, wir müssen eigentlich die nächsten 2 Runden wirklich 5 Sekunden holen. Aber das wird schwierig. Wir sind aber auf Platz 7. Platz 7 war ja meine Endplatzierung. Ich war nah dran an der 6. Klar, das heißt auch nicht so viel. Aber wir haben halt noch 2 Runden. Das heißt, es wird schon mal besser. Wenn ich so fahre, jetzt auch nicht. Na super. Da ist kämpfe ich hier, um an Platz 6 ranzukommen. Schaut nicht so geil. Keine so tolle Platzierung eigentlich. So, kümmern. Vor allem, weil es da vorne ist die 4. Ich glaube, in einem weißen Auto oder Syr. Ja, weiß, glaube ich. Und dann ist noch mal eine Lücke zu Platz 3. Und das ist eigentlich unser Minimumziel hier. Natürlich auch ein bisschen blöd, was von der Lücke da noch entsteht. Und jetzt darf ich die Lücke in der letzten Runde schließen und noch überholen. Boah, das wird aber auch ganz schön eng. Und hier geht gerade gar nichts. Auch hier selbst mit Windschatten so ein bisschen. Ich komme hier gerade gar nicht weiter. Ich muss hier irgendwie tricksen. 7,4 Sekunden auf 1. Ich hätte gesagt, eigentlich muss ich 5 Sekunden machen. Aber es waren jetzt nur 3 oder 2,5 sogar in der Runde aufgeholt. Das ist nicht so toll. Weil mich bin halt immer noch nicht an der 4 vorbei. Das wird halt echt nichts. Wie übel. Richtig krass hier. Die Frage war vielleicht doch irgendwie so generell, dass wir das schlechteste Fahrzeug von allen ausgewählt haben. Und es ist vielleicht doch der, keine Ahnung, der, äh, was fährt denn alles mit? Der Suzuki oder so besser ist. Hier vorne ist unser Platz 3. Also natürlich bedeutend besser als beim ersten Versuch. Aber es reicht halt leider noch nicht mit dieser kleinen Gammelkabel. Gibt es ja gar nicht. Jetzt habe ich keine Flügel mehr. Jetzt haben wir keine Anbauteile hin. Okay. Irgendwie sind sie weg. Wow, 11.400. Was für ein Preisgeld. Krasse Sache. Ja, dann können wir mal sagen, ich bedanke mich für das Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen. Untertitelung des ZDF, 2020